Schauspieler Dwayne Rock Johnson, 45 San Andreas, ist auf dem berühmten Hollywood Book of Fame mit einem Stern geehrt worden. Zur Zeremonie in Los Angeles brachte der Star seine Lebensgefährtin Lauren Hechian, 33, mit, mit der er das zweite Kind erwartet. Der heimliche Star war jedoch seine fast zweijährige Tochter Jasmine. Auf Daddys Arm hauchte sie Ich liebe dich ins Mikro, während er eine Ansprache hielt, wie unter anderem Entertainment Tonight berichtet. Johnson erklärte, dass er einst ein Zitat gelesen habe, es ist nett, wichtig zu sein, aber es ist wichtiger, nett zu sein. Nach diesem Vorsatz lebe er. Er habe in der Vergangenheit mit Problemen zu kämpfen gehabt. Als er 15 Jahre alt war, wurde die Wohnung seiner Familie auf Hawaii zwangsgeräumt. Wir waren gezwungen, die Insel zu verlassen, und heute sind wir hier, sagte der 45-Jährige, der einer der bestverdienenden und beliebtesten Schauspieler ist. Während seiner Rede bezeichnete Johnson Lauren Hechian als seine Ehefrau. Läuten bei den beiden womöglich die Hochzeitsglocken? Das Paar soll seit 2007 leiert sein. Jasmine erblickte im Dezember 2015 das Licht der Welt. Ihre zweite gemeinsame Tochter soll im Frühjahr 2018 auf die Welt kommen. Aus seiner Ehe mit Produzentin Dani Garcia, 49, hat Johnson zudem Tochter Simone, 16. Sie wird 2018 bei den 75 Golden Globes Awards als Golden Globes Botschafterin auftreten. Bisher trug diese Aufgabe den Namen Miss Golden Globes, doch die Hollywood-Foren-Press-Association hat im November 2017 den Titel geändert. rot-news.de spotonnews